Liebe Zuschauer, Fans, Gäste und Freunde der Komödie Fürth, wir möchten euch einfach mal Danke sagen für eure Verbundenheit und großzügige Unterstützung unserem Lebenswerk gegenüber. In das wir nun schon mehr als 30 Jahre unsere ganze Energie und unser ganzes Herz bloß stecken. Vielen herzlichen Dank für die Rettung unserer aller Arbeitsplätze. Im Theater, im Brauhaus, im Felsenkeller und natürlich hier bei uns im Franken-Ticket, denn die Komödie hat viele Gesichter. Danke! 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 Danke, danke, danke! Danke! Danke schön! Danke! Danke! Ganz herzliches Dankeschön, tief zum Herzen! Merci! Danke! 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 Hm! Hm, 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 hm! Hm, 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 hm Dankeッ! Danke! 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 Danke. 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 Willi. Oh, danke Willi. Und danke auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, die noch zu Hause drauf warten. Das ist hier im Hause des Monbois. Schnellschmündig, endgültig und sofort. Richtig erdeckig mit allem, mit allem was dazu gehört. Danke. Wir vermissen exakt jeden Einzelnen von euch und wir freuen uns riesig drauf, wenn wir euch wieder zum Lachen bringen dürfen.